Musik 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 Ich hab gar nichts gemacht Musik Das ist dumm, ich mach's aus Ähm Raubt nicht beim Fehler Ähh Was meinst du? Ja Ja, wir wissen was wir meinen Surprise Motherfucker Hahaha Vielleicht sollte man wieder die Introduction gelesen Hier hab ich die Scheiße Ah Was hast du das nicht gemacht? Das ist eine sehr gute Frage Das ruckert immer noch Ah, du Affenkehl Alter, das glaub ich jetzt nicht, dass du das kannst Ähh 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 Was? Ah, warte ich hab's verfehlt Alter, das kannst du aber schön vergessen Das wird nicht geschehen Das wird nicht geschehen Was? Wenn ich jetzt umdrehe, will ich hoffen, dass da noch alles steht Ich bin unable to try Alter Alter Ich glaub Ich glaub Ey, ich glaub Slender wird hier gleich rumrammeln Und zwar mit weiten Holzperrönen Wieso man mal hakt Wieso man mal hakt, ey? Das ist mir echt manchmal eine Sekunde lang gar nichts Das ist mir echt manchmal eine Sekunde lang gar nichts Das ist jetzt erstmal diese Buggy Seemölfe Gönnt ihr die Müölfe Was ist mit der los? Warte mal Komm her Entschuldigung Ich muss dich hier drinnen einstellen, dass wir die aufblasen können Hahahaha Siehst du dieses Buggy? Jetzt können wir uns aufblasen Hohooo Oh mein Gott Was zur Hölle? Kann der auch noch irgendwas anderes, der scheiß Room? Gerai Bich AÄÄÄÄÄÄÄ Guck dir das Teil an, ey! Jetzt ist es scheinbar gelandet. Geh mal weg! Ich komme! Da gehts wieder los! Oh, ist das wieder an der Ecke, ey! Warte, ich muss das mal da wegpacken. So, wieder in der Aufnahme. Die Taube ist vollendet geöffnet. Was ist hier drin denn los? Alter, ich muss hier raus, das sind dann nur die Mieter. Die Taube ist draufgegangen, das weißt du schon. Warte, dann ist sie doch am Leben. Ja, sie fliegt hier, warte. Wo ist das Vieh? Gönn dir! Du bist die Taube. Das ist mega krank. Lass doch mal meine Schöpfung in Ruhe, ey! Da wollte er mich einfach umfangen. Wird nicht gedötet. Was ist hier passiert? Hä? Was ist hier passiert? Was ist das? Jetzt gehts los, ey! Wie kann ich nochmal die Ansicht umstellen? Steuerung! Du kannst da drin nicht sterben, oder was? Mach mal ein paar Raketen dran. Das rammelt, ey! Nicht solche Raketen! Der überlebt alles da drin, ey! Jetzt mach mal normale Raketen dran, dass ich wegfliege. Jetzt wird erstmal alles auf den Typen getestet, ey! Dein Atombob überlebe ich nicht, das ist klar. Oh, das brennt in das Teil, ey! Was?! Still alive! Also, wenn jetzt die Atombob nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Die Detonanz! Was? Still alive, aber ein Teil ist spack drauf. Oh, das muss ich mir gönnen. Jetzt bin ich hier drüben! Sick! Los, rein! Hahahaha! So, warte! Oh! Scheiße, wie bin ich denn hier hingekommen? Wie bist du? An meinem Hochhaus lieg ich. Sick! 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 High Kick! High Kick! High Kick! High Kick!